Hi, heute ist Mittwoch. Mein Name ist Konstantin und das Thema der Woche ist Stand der Dinge. Ja, also ich fange am besten mal irgendwie vorne an. Ich bin nach wie vor in Therapie und das seit Februar 2012. Ich werde das auch noch ein bisschen weitermachen. Und genau, auf Testo bin ich jetzt seit neun Monaten und zwei Wochen oder sowas, ungefähr. Seit Februar diesen Jahres jedenfalls. Und das läuft soweit alles ganz gut. Also ich bin ganz zufrieden. Ich bekomme momentan ein Video. Ich hatte jetzt Anfang November meine dritte Nebido-Spritze. Und vertrag das eigentlich ganz gut soweit. Ich muss auch sagen, dass das Testo-Level von Mal zu Mal besser wird, also stabiler wird auch. Das hat jetzt irgendwie eine Zeit gebraucht nach dem Wechsel von Testo-Viron auf Nebido, bis das irgendwie sich ein bisschen eingependelt hatte. Zuerst war es ein bisschen low, aber doch, das läuft. Ja, dann meine Vornames- und Personenstandsänderungen. Die hatte ich im März beantragt. Ist immer noch nicht ganz durch. Meine Gutachtergespräche hatte ich im Juni, Juli. Anfang September hatte ich meine Anhörung. Mitte Oktober hatte ich meinen vorläufigen Beschluss. Und jetzt haben wir Mitte, Ende November und ich habe immer noch nichts. Das ist genial. Ja, ich könnte kotzen. Aber was soll man machen irgendwie? Für jeden Brief braucht es irgendwie zwei Monate scheinbar. Keine Ahnung. Ach, weiß nicht. Ist mir jetzt auch gerade schon wieder voll egal. Ja, genau. So viel dazu. Ich habe jetzt vor... Letzte Woche, glaube ich jedenfalls, habe ich meinen Antrag für die Kostenübernahme von den OPs bei der Gartenkasse abgegeben. Ich habe es persönlich abgegeben und mir direkt stempeln lassen, dass es auch angekommen ist. Ja, mal schauen, was daraus wird. Ja, ich hätte die natürlich auch schon früher beantragen können, aber ich hatte noch nicht alle Unterlagen zusammen. Deswegen ist es jetzt November geworden. Ja, so what? Ich weiß nicht, man macht sich immer so lange Stress, bevor diese Frist abgelaufen ist, die man abwarten muss. Und wenn man diese Frist passiert hat, dann ist es so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, dann ist irgendwie der Druck erstmal weg und man denkt sich nur noch, ach... So wie alles einfach auf diesem Weg. Es braucht alles immer länger, als man veranschlagt oder irgendwie, man hofft immer, dass es schneller geht oder dass es zumindest in dem Zeitrahmen passiert, der so vorgesehen ist. Und wenn es dann länger dauert, ist es eigentlich auch schon wieder so... Ja, ich reg mich überhaupt gar nicht mehr über irgendwas auf. Ich nehme es nur noch hin und... Naja... Komm ich heute nicht, komm ich morgen. So nach dem Motto. Weiß ich nicht. Ja, man kann ja doch nichts machen. Ja, was ist noch Stand? Weiß ich nicht. Ich könnte ein bisschen was zu den Veränderungen noch sagen. Also ich muss sagen, dass ich... Wenn ich jetzt Videos von Juli oder so vergleiche mit jetzt, dann hat sich mein Gesicht noch sehr verändert. Also ich würde auch fast sagen, dass das ganze Aufgeschwemmte jetzt mittlerweile wirklich so gut wie weg ist. Und es ist doch mittlerweile wirklich kantiger geworden ist. Und feiner wieder das Gesicht. Also man erkennt wieder Form. Es ist nicht einfach nur ein komisches Quadrat mit Augen und Nase und Mund. Und ich bin auch nochmal, also körperformtechnisch, an den Schultern breiter geworden. Ich weiß nicht, ob mein Hüftschweck schon wegverteilt hat. Ich kann das gar nicht genau sagen, irgendwie. Ähm, weil meine Hüftschweck doch immer recht locker sind. Ähm, dann kann ich das also nicht festmachen. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, Haare technisch ist auch nichts irgendwie schlimm geworden oder ausgefallen oder so. Ich hatte schon immer irgendwie Geheimratsecken. Die sind auch nicht wirklich schlimmer geworden. Ja, es ist, ähm, soweit irgendwie ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass die Haare sogar ganz im Gegenteil sind dichter geworden und stärker geworden. So im Vergleich zu vorher. Ähm, genauso wie Augenbrauen oder sowas. Das ist irgendwie alles, ja, auch so generell Körperbehaarung. Das ist jetzt so, so seit August wirklich, kann man das mal langsam auch irgendwie Haare an den Armen nennen. Wo das da vorne irgendwie so blonder Pflaumen war und jetzt ist das doch so. Und es ist auch so hier auf dem Handrücken und hier an der Seite. Also so ein bisschen affenmäßig langsam. Aber alles ist trotzdem noch relativ hellbraun und jetzt auch noch nicht so lang. Also, das ist wohl alles annehmbar und völlig in Ordnung. Ähm, ja, Beine sind auch jetzt wirklich komplett irgendwie flauschig. Also, das hat sich ziemlich lange nur auf die Unterschenkel beschränkt. Aber so seit August klettert das hoch. Ja. Hm. Was gibt es sonst noch? Ich mache nach wie vor Sport. Was natürlich irgendwie dazu beiträgt, weil von nichts kommt nichts. Also, man kann sich nicht darauf verlassen, dass Testo einem irgendwie von alleine eine männliche Körperform gibt. Also, da muss man schon wirklich gute Gene haben im Voraus schon. Und vielleicht auch im Voraus schon eine recht maskuline Figur. Dann hat man da wahrscheinlich, muss man da nicht sonderlich viel zutun. Aber wenn das nicht so ist, dann sollte man sich schon bewusst sein, dass Testo nun mal auch nicht so ein Wundermittel ist. Und, äh, ja. Wenn man breite Schultern will, dann muss man vielleicht auch die ein oder andere Liegestütze machen. Oder ähnliches. Ähm, ja. Oh, was mir auch aufgefallen ist, mein Hals ist viel breiter geworden. Ähm, also, ich weiß gar nicht. Das ist, äh, ja. Oh, und wo ich gerade so mache. Ich hab, äh, ne, ne, mein Alas Apfel. Alians Apfel. Ist, äh, mittlerweile auch echt deutlich zu erkennen irgendwie. Sehr sichtbar. Hab ich auch nichts gegen. Ist völlig in Ordnung. Ähm, ja. Bartwuchs kann dir auch noch was zu sagen. Ähm. Ähm, ist eigentlich mittlerweile schön hier so schön lang. Ist jetzt noch nicht super dicht, aber dunkel und, also, es wird immer mehr, also, man kann das auf jeden Fall Bart nennen und ich komme damit auch super durch. Und wenn ich mir irgendwelche, äh, Bio-Männer in meinem Alter oder ein bisschen jünger anschaue, dann, ähm, kann ich eigentlich ganz gut mithalten. Und ich hoffe, dass das, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das im nächsten Jahr noch, äh, zu einem ordentlichen Vollbart wird, so. Also, doch, doch. Das wird schon. Ich hatte mal für sechs Wochen oder so ein bisschen Minox ausprobiert, weil ich extrem, ähm, Probleme mit Pickeln und so weiter hatte. Und ich dachte, dass wenn ich den Bartwuchs ein bisschen ankurbel, dass sich das dann schneller irgendwie so regelt. Und, äh, das war dann tatsächlich auch so. Also, ich hab's wie gesagt, ich hab's nicht lange gemacht. Mir sind auch die Haare noch wieder ausgefallen oder so weit. Ich hab aber auch generell eine ganz, ganz, ähm, geringe Dosis genommen. Also, ich hab nur einmal täglich 0,75 Milliliter mir ins Gesicht geschmiert. Und das ist, äh, ja, von den Empfohlenen zweimal täglich ein Milliliter nur ein Beruchteil sozusagen. Und das hat auch völlig gereicht. Meine, meine Haut war nicht völlig matsche danach. Und, genau, ich wollte's ja auch nur ein bisschen ankurbeln. Und das hat auf jeden Fall seinen Zweck erstmal erfüllt. Ähm, genau. Also, Bartwuchs läuft. Ähm, ja, meine Füße sind ja auch irgendwie, also ich bin mittlerweile bei, ich bin von 39 auf 40,5, 41. Also, ich musste mir da jetzt echt auch mit dahin neue Schuhe holen und all das. Das geht ganz schön ins Geld, ich muss echt sagen. Also, neue Schuhe, neue Klamotten, weil nix mehr passt irgendwie. Da hab ich irgendwie, da hab ich nicht so richtig mit gerechnet. Ähm, so ein bisschen an Höhe hab ich auch gewonnen. 2, 2, 3 cm oder so. Vielleicht stehe ich auch ein. Also, ich bin natürlich, ich bin 26, ich bin natürlich nicht mehr gewachsen, so wie man sich das jetzt denkt. Sondern es ist einfach durch diese, durch die, ähm, vermehrte Knoppelmasse, die da nochmal zulegt. Und dass man durch, durch, ähm, die, die Muskelmasse, die ja mehr wird, steht man einfach auch aufrechter. Und, ja, was, da gewöhnt man einfach mal ein paar Zentimeter locker, tatsächlich. Ähm, hab mich auch ganz, äh, verwundert. Ähm, genau. Ähm, ja, was gibt's noch? Ähm, ich weiß grad gar nicht. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ja. Ähm, was man vielleicht noch sagen könnte, ist, ähm, Also, wie ich vielleicht schon ein paar Mal erwähnt hab, also für mich stehen jetzt OP-technisch erstmal nur noch, ähm, die Mastik und die Hysto an. Alles weitere ist irgendwie, hat noch Zeit, das ist mir zu komplikationsreich gerade noch. Und, ja, mal schauen, wie weit die sich da noch verbessern. Ansonsten ist das für mich, hab ich da gerade erstmal nicht so viel, äh, Dysphoria mit, dass ich in der Richtung, unter der Gürtellinie gerade irgendwas machen würde. Ähm, ja. Wer weiß, wer weiß, wie das noch kommt, wenn erstmal irgendwie, gerade irgendwie, das mit der Mastik, wo man ja irgendwie jetzt erstmal noch die, oder ich gerade die meisten Probleme noch irgendwie mit habe. Und wenn das Problem weg ist, vielleicht konzentriere ich mich dann auf neue Probleme, ich weiß das nicht genau. Aber, ja, das ist erstmal so der Stand auch. Ähm, ähm, ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich noch sagen könnte. Ich bin mit meiner Stimme mittlerweile auch wirklich zufrieden. Irgend, das ist, oder so. Ja, aber da tut sich auch immer noch was. Also, das ist, ja. Immer noch irgendwie, immer mal wieder noch eine halbe Oktave tiefer, wenn ich aufwache, oder so. Ja, ich bin mal noch gespannt, was im nächsten Jahr noch so passiert. Genau. Ich schätze, ich belasse es jetzt einfach mal dabei. Falls irgendwer noch irgendwas wissen möchte, einfach, äh, kommentieren. oder bei, bei Facebook auf, ähm, auf der German FDM-Seite irgendwas fragen, so, ist kein Ding, ich beantworte das, ich, weiß nicht, sobald ich auf Rekord drücke, vergesse ich immer, was ich sagen wollte. Das ist irgendwie, egal. Ähm, dann, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.